meine Hose ist aus Eisen, meine Schuhe sind aus Diamant. Oh, das ist voll behindert. Jan ist schon komplett aus Diamant, der Wichser. Ja. Wie sieht man das eigentlich aus? Aber cool. Das sieht echt übel nice. Komm, der Helm sieht übelst geil aus. Da oben ist übel viel, ne? Also, muss aufpassen. Ich habe hier gerade schon mal so ein bisschen hochgeguckt. Alter. Ja, hier werden wir auch woanders hochgekommen. Ja, von der anderen Seite, oder? Ja. Oh, lol. Ah. Der Sklet hat mich voll in die anderen Gegner reingeschoben. Gewixt. Warum habe ich hier gerade so wenig Gegner? Warum hat der eine Zombie hier gerade so viel ausgehalten? Ah, hier sind Minis drin. Ja, lass die Tür noch zu. Ja, aber die halten ja nur zwei, drei Schläge aus. Die ist auch ein Mini. Ne, doch nicht. Aber die hören sich voll lustig an, die Minis. Mini-Winis. Warte mal. Alter, hier ist ein Elite. Alter. Ich muss was fressen, sonst sterbe ich gleich. Ich komme sofort, ne? Ja, solltest du dich beeilen. Ja, bin fertig. Nur ich bin jetzt tot gleich. Ui. Ja. hat einer noch einen Trank oder so oder Heilung oder Regeneration Heilung wäre nett danke war mein einziger ich hab zwei Kinder Heilungen brauchst da nichts drin da ich glaube in der Wandung ist nirgendsoweit drin und das ist so der kleine Mini alter der Kamanhalter und der Robben hier wird und die hat neun Amor das ist ja mann Boss-Fight Hero Brian ne da gehen wir noch nicht rein Hero Brian ist der letzte den sollten wir wohl noch nicht töten da ist eine Truhe drin oh goldener Apfel und Cookie ich bin voll gespampt und voll gemüllt mit Rüstung alter ja ich auch und alle kaputt leg mich schon mal dahin ein bisschen mit den Viechern an ich geh schon mal hier oben erstmal rein ach das ist doch Hero Brian hier ist ne Schallplatte ja wenn ich mal wüsste wo du bist hier gerade die Treppe runter in dem Gang von Hero Brian die Treppe runter ich steh schon neben dir da habe ich gerade auch gemerkt da ist nix drin das ist nur ein Plattenspieler hier ist ein Enderman und so ein Abwachskelett Alter sind aber auch nett eingerichtet die Räume wenn man sich die mal so anguckt ne WTF ich hab mich hier Alter habe ich schon in das Spinnennetz geschlagen hier ist ein Steinschwert war ausgefahren ich geh mal pennen NEIN was NEIN Marco nicht ins Bett nicht ins Bett nicht ins Bett ich brauche mich mal zu Marco und muss ich erst meinen Namen eingeben gar nicht groß die Hütte erst dein und dann Markus muss ich voll ausschreiben fädieren ja hab ich ja OO Ex-Miner OO unterstrichen ja ja ich hab auch alle groß geschrieben hä warum hab ich Feuerresistenz drei Minuten und normale Resistenz drei Minuten vielleicht wegen ne irgendeinem Regenerationsteam ah jetzt Warning Spidert What?! Ja Spidert ne der ist das nicht angreifend ist ein Scheißglätt Guck mal da unten Steves Kopf Steve lass den aber mal da ja ja den kannst du ja nicht kaputt machen ja doch aber der verschwindet im Inventar wollen wir jetzt hier hoch ich kenne die Stelle glaube ich aus dem Trailer hier ist Bossfighter Rita the Spider ok lassen wir das erst mal ja lass den töten oder lass erst mal ein bisschen durchs Haus gucken wer jetzt so mein... ah es hat aufgehört zu regnen wer jetzt so meine Meinung haben wir doch schon ja wir sind jetzt hier schon einmal ja ja ich meine wir haben ja im Keller noch Dinge ins ne ja nicht im Keller aber dann würde ich sagen machen wir die Spider dann ist Keller und dann überbein ohhhh ja würde ich auch sagen ne ja dann sollten wir aber wieder hoch gehen und nicht runter ne ne geile Aussicht von hier die Map ist mega nice ja und ich glaube das Textapack behalte ich auch zum Normalspielen weil das ist nicht irgendwie voll geil ja ich traurig ich traurig ich traurig ich traurig ich traurig hier sieht man nix alter ich hab das so schön authentisch dunkel gemacht hier lang ja bei Wohling 2 wo war der andere nochmal im Keller ne im Keller ja ganz ganz unten war ja aber ich hab mir die Lieblings gehört wohl oh ich seh nix und ich häng direkt im Spinn BAH in das Gift spinn ja mh ne nein sinds nicht Marco nein dann wären wir schon tot ja beziehungsweise ich wurde nicht vergiftet Dich häng im Spinnennetz und die One Hitted Mann das sinds weiß ich auch nicht wo lang müssen wir das ist ein Labyrinth alter das ist ich hätt's immer hier also hier ist ne Juke Die One Hitted Mann Robins ich hab die grad geone-hittet das ist ne große ja aber die hält ab nochmal aus ja das ist die das ist der Boss ja ach so das ist ja so das ist der Boss gewöhnt das ist die Aftung Fufu 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 ja auch im Spinnnetz kann man nicht angreifen doch klar aber nicht vernünftig hier labert Alter im Spinn jetzt kann man nicht angreifen warum schleudert ihr die eigentlich auf Milch ihr seid so nett zu mir ne das ist gar gar nicht gemacht und weil ich erst in der Generation schlocken musste im Spinnnetz aber super die Jukebox ist da hinten wo na hier ok sollen wir gleich nochmal eben in den Shop gehen ja da hat nämlich gar nichts mehr zu essen oh 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 warte mal ich beende mal ganz kurz die Aufnahme bleibt mal stehen so kommt ihr hast schon weiter gemacht ja hallo wieder da hat irgendeiner von euch auch 2 Goldnuggets hat einer von euch essen ja ich hab noch einen Robin hier oh danke wer ist jetzt hier runter gejumpt ich weil ich äh ich kann nicht mehr auf mein Inventar zugreifen du musst F drücken nein aber ich brauch's jetzt sowieso nicht unbedingt ich hab nicht mal ein Diamantschwert übrigens echt ich auch nicht Jan lol ich hab eins warte ist doch mal eins Robin nein ich hatte bis jetzt immer nur das Eisenschwert ja ich auch mein äh boah ich brauch noch einen Angelic Helm ah hab ich den aber der ist fast kaputt hier ist noch ein Eisenschwert weil es jemand will ach so n kack R2D2 so nachts 15 halt alter das ist ne Elite ah alter das Schwert von dem kriege ich wenn ich ein Schwert droppt warum du ach so du hast nicht mal ein Eisenschwert doch ich hab Meisenschwert ja ich auch also ja aber ich hab nicht mal äh wirklich Diamantssachen wenn ich überhaupt einen Diamantssach hab nö na und ihr beide seid glaub ich komplett aus Diamants jo mal eben neul oh man spawnt aber jetzt hier im Haus du den Gasreicher ist jemand fressen die einfach sterben ne hatte ich ja keine Lust drauf ja lass den in die Ecke backen man hat zwischendurch so Lecks hab ich ne das riecht ein bisschen auf ich gar nicht nimmst du auf oder ich ja ich würd grad sagen du könnt aber ne auch machen das liegt am Regen aber das ist nur wenn ich ne ich spawne oder der geht dann gar nicht mehr kann mit Fallen drauf schießen nein Falle bringen nicht Fallen einfach an dem ab aber ich bin und von hinten erst mal ein Zombie ich weiß gar nicht was er jetzt getroppt hat einfach diamant so ich kann wieder mit links klicken ich habe auch noch ein diamantswert das schwert bekomme ich aber oder das bekomme ich du kriegst von mir diamantsachen lauch kann ich wohl ein schwert haben er hier gibt es noch irgendwie weiß wir haben ich hab wir haben glaube ich das hätten noch nicht voll oder hast du auch ein engelig schwört schwört habe ich jetzt auch etwas Seiten jetzt hinunter noch nicht lehnt sich gerade nicht zurecht finde gerade aber noch eine truhe da war noch ein schwert ach du was darum ja Marco geh mal runter komplett wir kommen sowieso auch wenn ich den warte ach da ist er ja wir sind doch hier direkt Marco bleibt mal stehen ich gebe dir die sachen ja ich auch da hast du Schuhe bleib stehen da mehr habe ich nicht du kannst noch ein Eisenschwert haben wenn du das willst aber hast du ja schon ich habe noch mal eben in den shop gehen da kann ich hatte so noch ein gold nugget na ja ich habe gar kein gold nugget ja weil für vier stück könnten wir uns ja schon mal ein dämonik dingen zu kaufen aber ich habe nur zwei und mit robinsons nur drei und wo ist jetzt marco musste die sachen erst noch anziehen weil mir regnet gar nicht bei mir damals ja ich habe es ausgestellt da mein kopf ist gepätscht oder ja wo die dämonik sachen sind so krank so ich habe jetzt eigentlich noch mehr 18 steaks er geht es ihr könnt ihr habt ihr könnt euch doch die anderen sachen holen für drei wird gibt es noch weiter weiter kann man noch weiter scrollen ja ich gehöre aber auch zu dem dämonik set was ja Robin rück mal den gold nugget ja du kriegst nen scheiß was ist das trank der Heilung war man mal in der Tat ne du kannst mich nicht töten kannst du ruhig versuchen ich gebe jetzt trotzdem den verfügst du kriegst das nicht warum solltest du wieso nicht nur damit du die beste Rüstung wieder hast ja ne weil ich insgesamt schon mehr hab deswegen willst du mich verarschen da hab ich ein Rechen drauf du hast nen scheiß da drauf kann mir jemand zwei spinnaugen geben ja ich hab vier was kann man denn dafür kaufen echt jetzt hast du noch ein verrotteten fleisch warum kann denn da immer nur einer drauf zugreifen ja ich verrottetes fleisch hab ich ja hier guck mal jetzt hier die ganzen sachen die ich eh nicht ich hab mal alles verrottete fleisch äh ja dann hab ich auch alter die kiste ist bei mir voll alle knochen spinnen augen und verrottetes fleisch ich hole für uns alle stecks davon ja knochen hab ich grad weggetan knochen hab ich auch noch marco let me doch mal auch mal da dran let me doch mal auch mal da dran ich glaub doch grad für uns alle ja gib nur einfach die sachen dann teilt er auf aufgerecht teilt man denn 28 durch 3 ich krieg einen mehr sag doch einfach 27 ne